Mahlzeit, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist was im Busch. Zum einen bei den Aktien, bei einer Aktie, die habe ich heute mitgebracht und die kaufe ich ins Musterdepot, mehr dazu gleich. Und zum anderen, glaube ich, bei Vanessa. Die hat sich heute hervorragend rausgeputzt, sieht wunderhübsch aus, aber den Anblick, den darf leider nur ich gießen. Schade, ne? Die sitzt da. Hervorragend sieht es heute aus, Vanessa. Gucken wir auf den Markt, meine Damen und Herren, 13.458 Punkte. Wir sind wieder bei dem Motto, wir bleiben in Schlagdistanz zum Allzeithoch, aber gestern sind wir kurz aufs neue Allzeithoch geklettert, aber danach ist den Anlegern die Lust auf neue Kurse vergangen und man guckt natürlich auch ein bisschen, warum. Zum einen sind die Autowerte wieder unter Druck, da geht es wieder um die 25%. Strafzölle aus den USA, die hat Donald Trump gestern wieder ins Spiel gebracht, also von daher muss man mal abwarten, wie das Ganze ausgeht. Ich denke, er rasselt wieder nur mit dem Säbel, aber trotzdem, die Anleger sind nach wie vor verunsichert. Zum anderen geht es bei den Wasserstoffwerten kräftig nach unten, da gucken wir gleich am Ende der Sendung auch nochmal drauf. Und vor allen Dingen müssen wir sagen, was passiert jetzt mit dem DAX? Er kommt wieder ein Stück weit zurück, aber er ist natürlich auch gut gelaufen. Wir haben 25% im vergangenen Jahr gesehen und sind auch gut ins neue Jahr gestartet, aber jetzt müssen wir natürlich gucken, die Anleger müssen natürlich auch irgendwann mal ein bisschen Gewinne mitnehmen und vielleicht kommt das jetzt nach dem Allzeithoch so ein bisschen und ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht und naja, von Crash oder so brauchen wir gar nicht reden, es ist ein Rücksetzer. Wir haben ein bisschen Angst vor höheren Kursen und da müssen wir mal abwarten. Jetzt haben wir auch den Coronavirus und von daher belastet das auch so ein bisschen die Werte und natürlich vor allen Dingen Tourismus. Auch da gucken wir drauf. Ich habe einen neuen Wert von einer Watchlist in die andere Watchlist gezogen, weil ich denke, der wird jetzt wieder interessant. Kommen wir also auch gleich zu. Gucken wir auf die Aktien heute und wir sehen Lufthansa leicht im Minus, aber hier gibt es neue Spekulationen. Die Aktie war eigentlich schon deutlich im Plus, denn es geht darum, dass Lufthansa seine Service- und Wartungssparte an die Börse bringen könnte. Darüber wird spekuliert, wäre vielleicht noch ein bisschen Konkurrenzkampf zu MTU. Also von daher muss man mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Konkrete Pläne gibt es nicht, ist erstmal nur eine Spekulation. Ist so ähnlich wie bei ThyssenKrupp, wo über die Aufzugssparte spekuliert wird. Da kamen ja zuletzt auch wieder neue Gerüchte auf, dass der Bieterkreis verkleinert wurde, dass sich das Ganze ein bisschen einengt und vielleicht auch ein bisschen konkreter wird. Aber sind aktuell nur ganz vage Spekulationen und von daher gucken wir weiter auf die Aktie und beobachten das Ganze erstmal. Wir sehen ja auch hier, wir sind unter den 15 Euro gefallen seit diesem Coronavirus und vor allen Dingen seit dem Streik und allem, was sich da angebahnt hatte. Von daher warten wir ein bisschen ab, ob sich die Aktie erholt oder ob es noch ein Stück weiter runter geht. Wir bleiben am Ball, gucken drauf, aber machen erstmal nichts. Bei Wirecard gibt es auch Neuigkeiten. Wir sehen es, die Aktie heute im Plus. Eine neue Kooperation mit UCE im Bereich E-Mobility. Da soll was jetzt Neues kommen. Also wir warten mal ab, was das ist. Aber die wichtigere Nachricht vielleicht auch schon gestern. Und gestern kam nämlich auch die Neuigkeit, dass der neue Mann, der Herr Eichelmann, der neue Aufsichtsratsvorsitzende, plant eventuell zwei neue Vorstände zu installieren. Zum einen fürs Personal, zum anderen auch für die ganzen Vorgänge, die da jetzt noch kommen. Also von daher, Wirecard ist dran, Wirecard arbeitet und das hebt einem schwachen Markt heute die Aktie dann trotzdem leicht ins Plus. Und sie ist ja auch seit Jahresanfang der beste Wert im DAX. Gestern gab es bei uns auf der Seite einen Artikel dazu, kriegen die Short-Seller jetzt ihr Pferd weg. Bei Tesla gehen sie ja schon leer aus. Wirecard könnte es vielleicht auch gefährlich werden. Wenn es weiter mit Berg auf geht. Und dann könnten wir vielleicht auch so einen ähnlichen Squeeze-Out sehen. Oder so einen Short-Squeeze sehen, wie wir es hier bei Tesla gesehen haben. Also vielleicht tut sich da ja auch was. Da spekulieren ja auch viele drauf. Könnte sein. Und natürlich Netflix, so ein Kandidat, wurde auch jetzt gesagt, die fangen alles ab mit Werbung. Aber warum soll ich Geld zahlen, wenn ich Werbung dann auch habe? Da kann ich auch Fernsehen gucken. Von daher müssen wir mal gucken, ob Werbung tatsächlich so ein Heilmittel für Netflix ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt kommt Walt Disney auch in den anderen Ländern, zum Beispiel hier bei uns, wenn wir vergleichen, wir sind bei Netflix im Monat beim Preis von über 10, ich glaube 11,99 Euro aktuell. Und Walt Disney kommt hier mit einem Preis von 6,99. Wer aufs Jahr direkt bucht, zahlt sogar noch weniger. Also von daher muss man tatsächlich mal abwarten, wie sich jetzt auch die Kundenzahlen bei Netflix weltweit entwickeln. Also von daher wird der Gegenwind ein bisschen stärker. Münchner Rück gibt es auch eine Abstufung heute, aber trotzdem die Aktien Plus. Wir hatten es gestern hier schon angesprochen. Man plant den Gewinne in den nächsten Jahren auf über 3 Milliarden zu heben. Und von daher sind die Aussichten gut. Und wir sehen es auch hier an der Aktie. Auch die Aktie ist gut unterwegs. Wer es im Depot hat, freut sich. Rücksetzer sollte man tatsächlich überlegen. Münchner Rück ja vielleicht immer so eine Adresse auch, wenn man nach sicheren Säulen im Depot sucht. Und Ähnliches gilt auch für die Allianz. Und da ist die Neuigkeit, dass man sich im Bereich Clean Energy jetzt im Weltwirtschaftsgipfel in Davos geäußert hat. Man will nicht nur reden, sondern man will auch handeln und will auch dementsprechend die Portfolios ausrichten. Und sagen, auch hier muss man darauf achten, dass man verstärkt auf Aktien setzt, die dem Klima gut tun und nicht auf alles oder auch gerade eben auf die größten Umweltsünder. Also von daher sollte sich da auch was tun. Die Allianz spricht sich hier für eine weltweite Regelung aus. Sie ist 0,18% im Plus. Die Nachricht dürfte das jetzt nicht sein. Das ist einfach, dass natürlich auch die Allianz ein sehr konservativer Wert ist, der hier oben sich gerade so ein bisschen festbeißt. Aber wenn die Zahlen kommen und die gut sind und wir vielleicht noch ein bisschen mehr Auftrieb sehen, dann könnten wir auch hier rausgehen und vielleicht auch neue Höchstkurse bei der Allianz sehen. Also sie ist auch eine feste Säule im Depot für mich und in meinem Musterdepot ist die Aktie ja auch. Gucken wir schnell noch auf die Tops und Flops und sehen Deutsche Bank heute im Plus, Wirecard im Plus, Infineon und alles zieht hinterher. Vanessa macht es uns auch noch ein bisschen größer, hervorragend, Continental, gibt wieder ein bisschen ab, auch im Sog der Automobilhersteller. Dann haben wir Adidas, die ist zuletzt ja seit Jahresbeginn auch sehr gut unterwegs gewesen, auch mit einer der besten Aktien jetzt im noch relativ jungen neuen Jahr. Da nehmen die Anleger heute auch ein paar Gewinne mit. Deutsche Post, SAP und RWE ohne Nachricht unter Druck. RWE wissen wir ja, der Versorger ist zuletzt auch gut gelaufen, war nach Wirecard die zweitbeste Aktie seit Jahresanfang und im Hintergrund haben wir ja auch schon genug besprochen mit dem Braunkohleausstieg und den 2,6 Milliarden Euro, die da fließen. Nevecek ist heute im Minus, es gibt eine Abstufung, daher so ein kleiner Kandidat für Zwiebel des Tages. Man erwartet, dass sich das Geschäftsmodell weiter gut entwickelt, aber es ein bisschen abschwächt und von daher gibt es eine Abstufung und wir sehen jetzt, wie die Aktie darauf reagiert. Sie ist zuletzt auch ganz gut gelaufen, da sind bei solchen Sachen natürlich solche Dinge immer willkommen Anlässe, um hier auch mal Gewinne mitzunehmen. Da wird dem Anleger quasi die Entscheidung abgenommen, dann kommt so eine Abstufung und so eine Begründung und dann sagen einige, ja okay, dann nehme ich die Gewinne halt mal mit. Also von hier aus sollten wir jetzt auch die Aktie auch ein bisschen genauer beobachten. Ich finde ein Damagecheck ist eigentlich ein sehr guter Wert und von daher müssen wir gucken, wie weit das jetzt runtergeht, wo sich die Aktie fängt und vielleicht ist der Rücksetzer ja auch eine Gelegenheit. Hochtief haben wir nicht dabei, heute 6,6 Prozent. Es geht um eine Tochter im Nahen Osten, die verkauft werden soll. Da ist Hochtief sehr beteiligt dran und da gibt es eine hohe Abschreibung und von daher wird sich das aufs Ergebnis auswirken und es wird negativ sein und das schmeckt den Anlegern heute überhaupt nicht. Von daher Hochtief heute unsere Zwiebel des Tages. Wir sehen es, wir kommen auch hier wieder in diese charttechnische Marke von 110. Da müssen wir jetzt gucken, ob das hält. Wer die Aktie hat, sollte da jetzt verstärkt darauf achten, ob das wirklich hier hält oder ob es nochmal runtergeht. Richtung 100 Euro, dann hätten wir natürlich nochmal ein Rückschlagpotenzial von 10 Prozent, etwas mehr, fast 10 Prozent. Also von daher würde ich da ein bisschen aufpassen. Was mir gestern durch die Lappen gegangen ist, natürlich war es, dass die Bundesländer sich darauf einigen, das Glücksspiel, das Online-Glücksspiel wieder freizugeben für alle. Wir sehen es hier, die Nachricht kommt heute erst ein bisschen verspätet, wird darauf reagiert und die Aktie von Bad at Home schließt 10,36 Prozent im Plus. Ich hatte sie gestern schon auf der Watchlist, habe es aber vergessen in der Sendung zu erwähnen und heute dann der große Hype und der große Sprung. Wir müssen mal abwarten, wie sich Bad at Home dazu dann äußert. Wenn wir mal, Vanessa, den Dreijahreschart machen, dann sehen wir, oder Vierjahreschart, gucken wir, dann sehen wir natürlich, von wo die Aktie kommt und wie viel Potenzial da vielleicht nochmal schlummern könnte. Wir sehen es hier, wir waren über 125 Euro bis 2017. Das war ja Bad at Home einer der Highflyer an der Börse. Dann gab es eben Probleme mit der Lizenzierung in verschiedenen Ländern sogar und dann ging es bergab bis 50 Euro. Jetzt kommt hier unten so ein bisschen der Ausbruch durch diese Nachricht des Glücksspielmarktes. Hat ein bisschen länger gedauert, hat mich gewundert, habe ich eigentlich auch so ein bisschen eine Chance vertan. Und dann haben wir natürlich noch die Aktie von TUI, die heute auch auf unsere Watchlist wandert. Ich ziehe sie von der 2019er auf die 2020er Watchlist aus gutem Grund. Wir haben das Coronavirus, wir haben jetzt schon die erste Einschränkung in China, dass die Stadt dann nicht mehr angeflogen werden darf und alles. Und von daher ist die Touristikbranche natürlich jetzt unter Druck und wir sehen es, wir fallen unter die 10 Euro. Wir sind bei 9,88 Euro. Man sollte ja normalerweise auf die Heimatbörse in London gucken, aber trotzdem, es geht ein bisschen bergab mit dem Wert. Und von daher nehmen wir ihn auf die Watchlist. Wir gucken mal, wie tief das jetzt hier runter geht. Und von daher müssen wir gucken, hier sehen wir nämlich schon mal eine ganz andere charttechnische Marke, wo wir darauf achten müssen. Euro-Kurs sind wir schon unter die 10 Euro, aber hier sehen wir eben, dass wir unter diese Marke im Heimatland noch nicht gefallen sind. Von daher sollte man auch immer hier ein bisschen drauf gucken und hier die charttechnischen Marken sehen, da an der Börse, wo die Aktie gehandelt wird. Und da sehen wir, da haben wir noch ein bisschen Unterstützung, wenn wir hier auf diese Unterstützungslinie gucken. Von daher ist noch ein bisschen Luft. Wir beobachten den Wert, wir gucken mal, wie weit es runter geht und schauen dann, ob es eine Chance ist. TUI hat ja von der Thomas-Kuck-Pleite sehr profitiert, haben wir ja hier gesehen, da ist der Hype ein bisschen entstanden. Dann gab es zuletzt wegen dem Boeing-Flieger, der auf dem Boden bleibt, noch wieder ein paar Probleme, ob TUI das sehr stark belastet. Sie haben aber die Jahresprognose schon bestätigt, schon während der Thomas-Kuck-Pleite. Sie haben gesagt, sie haben sich neu aufgestellt und ich denke, dass die Zahlen auch weiter anziehen werden, dass TUI weiterhin davon profitieren wird und die Dividendenrendite sollte man hier auch nicht unterschätzen. Also es gibt gute Gründe für die Aktie. Wer länger Mahlzeit guckt, der kennt sich schon und wir gucken auf die Watchlist. Vanessa, du bist heute ganz schön schnell, ne? Du hetzt mich hier, ne? Du hast gesagt, ich soll halt wieder nicht so lange machen und dann flöte weiter. Also wir sehen es hier, Bad at Home, gestern haben wir sie schon aufgenommen und jetzt ist die Aktie schon 18% im Plus. Kenkomm erholt sich wieder und wir haben auch TUI jetzt aufgenommen. Wir sehen es hier, Aktie, seitdem wir sie aufgenommen haben, leicht im Minus. Wir beobachten den Wert, gucken, wie weit sich das jetzt mit dem Coronavirus ausweitet, wie hoch das gekocht wird, das Thema. Viele sagen ja schon, es belastet den Markt komplett. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob es tatsächlich jetzt das ist. Manchmal machen ja auch die Kurse die Nachrichten und man sucht dann nach einer Begründung. Natürlich ist das schrecklich, natürlich kann sich das ausweiten und wir müssen das Ganze beobachten, aber ich denke, ich habe es schon Anfang der Woche gesagt, natürlich ist die Touristikbranche betroffen. Das ist extrem nachvollziehbar. Beim Rest bin ich noch ein bisschen skeptisch. Dann kommen wir zu den Aktien, die ich neu ins Musterdepot heute aufnehme. Die eine ist Walt Disney. Da habe ich schon im vergangenen Jahr die ganze Zeit für getrommelt und wir haben, wir sehen hier, dass sie sich auch zuletzt ein bisschen festgebissen hat. Wir waren ja auch hier mit den Zuschauern, die konnten ja gewinnen, die sind ja mit mir in den Film gegangen. Wir haben uns Star Wars angeguckt, Rise of Skywalker, das muss ich auch so sagen, weil wir haben ihn auch auf Englisch geguckt. Nochmal schönen Gruß an alle, die dabei waren. Aber wir nehmen die Aktie jetzt auf. Wir spekulieren auf gute Zahlen. Wir spekulieren auf gute Neuigkeiten zu Disney Plus und natürlich wird das ganze Thema noch ein bisschen weiter gesponnen. Wenn im März das hier in Deutschland auf den Markt kommt, werden natürlich die Abonnentenzahlen auch steigen. Die Preise im Vergleich zu Netflix habe ich ja eben schon gesagt, weil ja viele auch immer denken, Netflix ist einer der absoluten Short-Kandidaten. Also da denke ich auch so ein bisschen drüber nach. Aber mache es noch nicht eben. Aber trotzdem, ich setze dann erstmal auf die steigenden Aktien und da ist für mich Walt Disney ein guter Fang. Und da gucken wir einfach mal drauf, wie die Aktie sich dann entwickelt. Und natürlich ist Walt Disney extrem konservativ und eine Säule im Musterdepot. Und da kann ich so alleine nicht mit leben. Ich habe ja gesagt, heute früh war mir auch nach Zocken und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und bin auf die Aktie von Telekolumbus gestoßen. Hier müssen wir vielleicht auch mal, ja sehen wir schon, die kommt von 10 Euro, Netzbetreiber. Ja, und wir sehen es, Glasfasernetze sind natürlich sehr gefragt. Einer der führenden in ganz Deutschland. Man hatte Probleme, die sind im Kurs ganz klar abzulesen. Mittlerweile kann man aber auf den Zahlen aufbauen, die zuletzt zum dritten Quartal gekommen sind. Und was so ein bisschen natürlich hellhörig macht, ist, wer da in der Vergangenheit alles eingestiegen ist. United Internet ist eingestiegen, dann Rocket Internet ist eingestiegen und zuletzt sogar die Bank of America munkelt man, also mit 5%. Also hier könnte sich deutlich was tun und wir sehen es mit unter 3 Euro, ist natürlich hier eine Aktie, die ein bisschen kleiner ist vom Kurs her. Und wir spekulieren so ein bisschen darauf, dass sich was tut bei Telekolumbus, dass da irgendwas gemacht wird. Die haben einen Schuldenberg von 1,4 Milliarden Euro, können sich im operativen Geschäft aber mittlerweile wieder so ein bisschen im Plus hangeln und können da so den Turnaround schaffen. Wenn sie das alleine machen würden und sich gar nichts ändern würde, könnte man fast schon Kurse um die 4 Euro rechtfertigen bei dem Wert. Aber jetzt ist natürlich ein bisschen was im Burschspiel, die haben sich eingekauft. Man erwartet Veränderungen, zum Beispiel eine Alternative wäre, wie man es von Real Madrid kennt. Wir sind total hoch verschuldet, aber was machen wir? Wir verkaufen unser Trainingsgelände an die Stadt und mieten es zurück. Und schon haben wir einen riesen Schuldenberg abgebaut. So ähnlich könnte das auch Telekolumbus machen. Die könnten auch ihr Glasfasernetz, da gehört zum Beispiel NetCologne zu, könnten die einfach verkaufen und sagen, wir leasen dann das, was wir brauchen, wieder zurück. Da werden Preise rumgereicht, da schlackert man so ein bisschen mit den Ohren, um die 2 Milliarden Euro oder vielleicht sogar noch mehr. Es könnten sogar bis zu 2,7 Milliarden Euro werden. Und jetzt spinnen wir das ganze Spiel mal ein bisschen weiter. Die haben 1,4 Milliarden Schulden, verkaufen das Ding dann, wir gehen mal jetzt nicht vom Bestfall aus, wir sagen mal so um die 2,2, 2,3 Milliarden Euro und dann wären die auf einen Schlag nicht nur schuldenfrei, sondern hätten auch noch ordentlich Geld in der Kasse, um mal ein bisschen weiter das Unternehmen voranzutreiben. Und beim Buchwert wären wir dann beim Kurs, wenn wir die Schulden rausrechnen und bekommen wir fast deutlich über 5 Euro, wo wir dann Buchwert sind für die Aktie. Also von daher könnte sich die dann verdoppeln. Im Vorstand tut sich noch was, da kommt ein Neuer. Vielleicht ist das Ganze jetzt auch noch ein bisschen zu früh, dass wir auf die Spekulation setzen. Es kann natürlich sein, wie der neue Vorstand, der soll erst Mitte des Jahres kommen, das dann alles anschiebt. Wäre natürlich die eine Möglichkeit und von daher könnte es ein bisschen dauern, dass man das, bis das Ganze hier Früchte trägt. Aber man soll ja an der Börse früh genug gehen. Wir sehen es, die Aktie ist schon mal ein Stück rausgekommen, ist jetzt wieder zurückgegangen und konsolidiert hier so ein bisschen und das nutzen wir jetzt als Einstiegsgelegenheit für einen wirklichen Zock. Also es ist kein Witwen- und Weisenpapier, sondern das ist jetzt wirklich mehr richtig Risiko, was ich da jetzt mache. Und dann gucken wir ins Musterdepot rein und gucken, was wir gemacht haben und wir sehen es dann hier. Wir haben es gekauft. Wo haben wir sie? Hier unten haben wir uns ein paar Stücke reingelegt, nämlich 1.500 und für einen Wert von 4.422. Und Walt Disney haben es ähnlich gemacht. Hier ist Disney, da haben wir uns 35 gekauft. Die Aktie steht ein bisschen höher und haben ein bisschen mehr Geld angelegt und schauen mal, wie sich das Ganze jetzt so entwickelt. Das ist der Zock für heute. Auf Nähe müssen wir natürlich auch noch gucken. Die sind auch bei uns im Musterdepot und ich habe mal alle Aktien mitgebracht und hier sehen wir es schon ein bisschen. Hier oben zack, 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 zack. Und jetzt muss man sagen, nee, das ist der einzige Wert, da habe ich ein bisschen Glück, der im Depot sich so ein bisschen gegen den Trend stemmt. Wenn wir hier oben die ganzen Knicks nach unten sehen und wo die Anleger jetzt auch ein bisschen nervös werden, bei Fuel Cell Energy oder bei Ballot Power oder auch bei Power Sales Sweden, die sind jetzt von über 20 Euro auf 16 Euro zurückgekommen. Also von daher muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Das sage ich hier eigentlich auch viel zu oft. Aber wir sehen es hier, dieser Knick, das ist vielleicht auch alles ein bisschen gesund. Ich habe es ja schon angekündigt, vielleicht finde, das sind Chancen, wo man jetzt die Aktien nicht abschreiben sollte, sondern sich die eher vielleicht ein bisschen weiter auf die Watchlist setzen sollte. Ich sage ja immer, die großen Player, Power Sale ist mit Bosch unterwegs, Ballot Power mit Mai Hai in China ganz gut unterwegs und viele Kontakte. ITM Power ist mit Linde zugange. Also von daher muss man sagen, es sind ja Aktien, bei denen die Aussichten weiterhin stimmen. Und von daher ist es aber auch ganz gut, wenn wir sehen, dass hier seit Januar 2019 eine Power Sale über 400% gemacht hat, da müssen wir uns auch nicht drüber wundern, dass irgendwann mal auch die Anleger sagen, das reicht mir manchmal. Ich sage ja auch hier immer, man muss nicht so gierig sein und deswegen nehmen vielleicht jetzt auch einige Anleger in dieser Marktphase auch die Gewinne einfach mal mit und das ist auch gut so. Und von daher nehmen wir die Aktien jetzt alle hier zur Kenntnis. Wir gucken, wie das ist. Wir haben so ein bisschen hier unten auf den Nachzügler gesetzt und wir sehen, ne, trifft sie halt nicht ganz so hart, weil die vorher ja die ganze Zeit geschwächelt haben. Die gehen halt ein bisschen konstant weiter, haben aber auch ein Stück weit zurückgekommen. Wir haben ja erst hier ein neues Allzeithoch gesehen in diesem Jahr. Von daher muss man sagen, die Aktie hat wirklich Nachholpotenzial. Zuletzt gab es die Kapitalerhöhung, haben wir hier drüber gesprochen. Die ist ja auch gut aufgenommen worden und wir sehen es, heute liegt die Aktie schon wieder um 3,1% zu nach dem Rücksetzer, den wir auch so ein bisschen gesehen haben. Also von daher, ne, ne, als Nachzügler immer ein guter Wert und bei den anderen rate ich einfach, wer die Gewinne mitgenommen hat, ist super. Behalten Sie die Aktie auf der Watchlist, wer noch überhaupt nicht bei Wasserstoff investiert ist, für den könnte das ganze Spektakel jetzt interessant werden, wenn sich der Rauch ein bisschen gelegt hat und wenn wir wissen, wo die Aktien in etwa ihren Boden finden. Das war Mahlzeit für heute. Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben. Morgen sehen wir uns wieder.